In Schema ST4 können Callout-Grafiken mit automatischen Beschriftungen erstellt werden. Um diese Funktion nutzen zu können, muss das Leistungsmerkmal Beschriftungen in Callout-Grafiken im verwendeten Layout unterstützt werden. Dazu öffne ich zunächst eine Callout-Grafik über das Kontextmenü Callout-Grafik bearbeiten. Wir sehen hier eine Callout-Grafik, die schon einige Beschriftungen enthält. Um die Beschriftungen anzeigen zu lassen, wählt man Ansicht und Beschriftungen. Wenn man jetzt eine neue Beschriftung hinzufügen möchte, kann man aus dem Viewlet Shapes eine Positionsziffer per Drag & Drop in die Grafik ziehen. Dann wird im Viewlet Beschriftungen eine neue Zeile angelegt und die Nummerierung fortgesetzt. Man kann Text direkt in die Zeile eingeben oder alternativ Text unter Eigenschaften eingeben. Jetzt füge ich die Bezugslinie per Drag & Drop hinzu und ordne unter Grafikelemente die Bezugslinie über der Beschriftung ein, damit die Positionsziffer die Linie verdeckt. Um die Nummerierungsreihenfolge anzupassen, können die einzelnen Zeilen per Drag & Drop verschoben werden. Wichtig zu beachten ist, dass im Viewlet Sprachen der richtige Sprachslot ausgewählt ist. Denn wenn man die automatische Beschriftung verwendet, wird die Callout-Grafik sprachabhängig. Wenn bei einer Übersetzung die Beschriftungstabelle exportiert werden soll, muss die entsprechende Sprache ausgewählt sein. Wenn man die Callout-Grafik speichert, wird die Tabelle in der Schnellansicht angezeigt. Über das Viewlet Eigenschaften kann unter Produktion gewählt werden, ob die Tabelle mit den Beschriftungen in der Produktion ausgegeben werden soll oder nicht. Im produzierten PDF-Dokument sieht man jetzt die Tabelle, die wir anhand der automatischen Beschriftungsfunktion erzeugt haben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Ciao, ciao, ciao!